Ich bin in Irland. Hier gibt es viel Einsamkeit, Schafe und ein neues Auto, der Audi Q7. Die neue Ausgabe verspricht eine ganze Menge, also schaue ich mal hin. Jetzt bin ich schon einige Kilometer hier auf den Straßen von Irland gefahren und gefunden habe ich diesen wunderschönen Strand hier. Das ist der Inch Beach und Inch ist eine kleine Stadt hier an der Küste. Die wurde mal von Deutschen gegründet, die kamen aus der Pfalz 1709. Das mal zur Information. Es geht aber um den Audi Q7 und der hat mir wirklich gut gefallen, optisch und auch technisch. Technisch erkläre ich ihn gleich. Was optisch anders ist im Vergleich zum Vorgänger, erkläre ich jetzt mal. Also man hat hier erstens einen Türschweller angebracht und der ist hier zweifarbig. Normalerweise ist der einfarbig, also in Wagenfarbe und das unterstreicht nochmal das komplette Auto. Es wirkt ein bisschen flacher. Schön sind auch die 21 Zoll großen Räder. Ganz wichtig aber sind die Änderungen vorne. Da gibt es neue Scheinwerfer, HD-Matrix-LED-Scheinwerfer und an meinem Auto gibt es noch ein Laserfernlicht. Die ganz wichtige Änderung gibt es auch hier am Grill, an dem sogenannten Single Frame. Das hat jetzt acht Ecken und damit passt er ganz gut in die Audi SUV-Familie. Damit auch reichlich Luft vorne reinkommt, hat man hier die Öffnungen recht groß gestaltet. Und der gesamte Eindruck hier, denke ich mal, ist schon sehr dynamisch und sehr kompetent. Eines muss ich klar und deutlich sagen, das Heck des Vorgängermodells hat mir und wahrscheinlich auch einigen anderen nicht so ganz gut gefallen. Das war sehr kastenförmig. Hier hat man das jetzt geändert. Das Auto wirkt hinten optisch ein bisschen breiter und unterstrichen wird das Ganze durch diese Chromleiste. Auch hat man das Heck ein bisschen zusammengeschoben. Das macht es ein bisschen tiefer. Dann gibt es hier einen neuen Diffuser und natürlich neue Rücklichter mit der typischen Audi Lichtsignatur. So, und jetzt geht's los. Normalerweise besitzt dieser Audi Q7 ein Stahlfederfahrwerk. Das ist eigentlich okay, aber so mancher wünscht sich vielleicht ein bisschen mehr Komfort. Und das Luftfahrwerk bietet mehr Komfort. Man kann hier auch einiges einstellen. Wenn man zum Beispiel das Auto um 15 Millimeter anheben, wenn man im Offroad-Bereich unterwegs ist oder auf der Autobahn schnell fährt, dann kann man es um 40 Millimeter absenken. Das ist eine gute Geschichte. Audi bietet für den Q7 natürlich Diesel- und Benzinmotoren an. Das hier ist ein 3-Liter-V6-Motor, ein TFSI-Benziner. Das heißt, es ist ein Direkteinspritzer. Der leistet 340 PS, erzeugt 500 Newtonmeter Drehmoment. Die schickt er dann an den Allradantrieb. Das Auto läuft auf der Autobahn abgeregelt, muss man sagen, 250 Topspeed. Und in 5,9 Sekunden erreicht er schon die 100. Den Verbrauch gibt man derzeit noch nicht an, aber ich bin auf einen Verbrauch gekommen von um die 8, 8,5 Liter. Aber ich war auch immer kräftig am Gas. Die Audi-Modellpalette ist mittlerweile recht umfangreich und nach meiner Meinung ist der neue Q7 dicht am Q8, was seine Technik und auch seine Abmessungen angeht. Wo ist denn der Unterschied? Also die Verwandtschaft ist natürlich da, das ist uns auch klar. Und das macht vor allem auch das überarbeitete Design des Q7 noch klarer, weil er jetzt noch näher an seinen Bruder, den Q8, natürlich heranrückt. Trotzdem muss man dazu sagen, der Q7 und der Q8 sind unterschiedliche Fahrzeuge. Das merkt man zum einen an Designdetails, das merkt man zum anderen aber auch an Ausstattungsdetails, wie zum Beispiel der Q7 ist als Siebensitzer zum Beispiel erhältlich und orientiert sich damit natürlich näher an Familien und deren Bedürfnisse. Somit ist er hier wohl eher das Familienauto, das nun optisch etwas gefälliger und nicht mehr so klobig wirkt. Das Ladevolumen reicht von 865 bis hin zu 2050 Liter. Die wichtige Änderung gibt's innen. Audi spendierte dem Q7 das MMI-Touch-Response-Infotainment-System und die Sitze sind erste Sahne. Der neue Q7 ist für mich eine runde Sache. Optisch und technisch ist er nun auf dem neuesten Stand. Es gibt ein 48-Volt-Bordnetz und ein Mild-Hybrid-System. Ein Novum ist sicherlich auch die Tatsache, dass man bei diesem Facelift auch im Innenraum reichlich verändert hat. Man hat zum Beispiel hier das Armaturenbrett völlig neu gestaltet. Man hat klar viele Dinge aus dem Audi Q8 übernommen, zum Beispiel hier das virtuelle Cockpit oder auch dieses große Display. 10,1 Zoll ist es groß und die gesamte Technik wurde auch übernommen. Man kann hier alles per Touch- oder Wischtechnik bedienen. Es gibt auch zwei Ausstattungslinien, Basis und S-Line. Natürlich sind fast alle Assistenzsysteme erhältlich. Es gibt drei Fahrwerke und erstmals auch eine Wangenstabilisierung für den Q7. Bei Audi hat man keine Berührungsängste, Dieselmotoren zu installieren. Die nutzen die neueste Technik. Die Motoren sind sehr sauber, bedingt auch durch die Euro-Norm 6D-Temp. Es gibt zwei 3-Liter V6-Motoren mit 231 und 286 PS. Zum Schluss muss ich sagen, zwei Dinge haben mir wirklich gut gefallen. Hier zum einen Irland mit seinen wunderschönen Stränden, der wilden Natur. Und ich kann jedem nur empfehlen, einmal hierher zu kommen, vielleicht ein paar Tage Urlaub zu machen. Natürlich hat mir auch dieser Audi Q7 gefallen. Er ist ein fast perfektes Auto. Er kann eigentlich alles außer Fliegen. Das Basisauto soll kosten 66.900 Euro. Aber wer an der Zubehörliste immer Kreuze macht, der wird auch 80.000 oder 90.000 Euro ausgeben können. Das war's von mir. Tschüss!